Ich war hier auf dem Turnier zum ersten Mal in der Akquisierbox mit meinem Pferd. Ich habe das Drei-Tages-Package gemacht und mein Pferd wurde von Tag zu Tag lockerer und war super leistungsbereit. Deshalb würde ich die Box auch jedem weiterempfehlen, weil ich wirklich sehr zufrieden war mit den Ergebnissen.